Das ist scheißegal, hallo, das ist jetzt auf meinem Kanal, da steckst du dich perfekt nochmal an. Hallo Leute, da sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge Last Man Standing, heute mit dem Konstantin und mit dem Moritz. Ich kann meinen Bildschirm nicht bewegen, lol. Drück nochmal Alt, drück einmal Alt. Ich kann nichts machen, der Mauszeiger ist er mir angezeigt. Tick rein und drück Alt. Hab ne AK. Ich hab ne MZX5. Geht nicht, geht nicht. Hier oben ist es nicht mehr. Dann Rejoin doch. Digga Moritz, Junge. Digga Mix Ritz. Ich stürm das Haus neben uns. Hier wäre es noch eine 600er Weste vom Müllcontainer. Hier wäre es noch eine Wolf Storm. Lass mir die rechte Seite. Nein, es geht Moritz, ich muss alles wieder drücken. Hallo darkness my old friend. Schade. Tschüss. Jetzt probiert es hier hoch. Na dann glaub ich mir. Ey. Ich nehm auf, mein Freund. Ich hab gerade. Mal schauen. Das ACOG Scope auf die Waffe drauf. Hast du schon irgendeine einigermaßen gute Waffe? Ja. Ich hab ne Tor, ne AK, beide mit Distance, eine mit ACOG. Wieso hab ich überhaupt gefragt? Ich hab ne MZXT, ne Wolf Storm. Auf der MZXT, äh quatsch, MXZ5. Da ist noch ein Ding drauf, ein ACOG und jetzt auch noch ein Kompensator und das war's. Ich lauf schon mal ein bisschen. Na ja, mach du mal. Lass mich ruhig im Stich. Ah, ich hab noch nen Kompensator. Ja, ich auch gerade. Wär besser, aber trotzdem meine Waffen an sich nicht. Ich hab jetzt noch ein SMG60 Magazin, das ich nicht verwenden kann. Ja, renn doch noch weiter von mir weg. Du willst wohl, dass ich zuerst verreck. Du guckst halt ein bisschen hinter uns. Ich? Da ist niemand. Ich Dancer siehst du nicht. Da kann man mich nicht treffen. Wow, schlau bist du. Ist dir nicht aufgefallen, dass ich schon seit meiner ersten Runde Lastman Standing mache? Und deshalb springe ich auch übrigens manchmal einfach random hoch. Ja, ja, das ist mir schon klar gewesen. Gehen wir Richtung Zwillingsturm? Ja, ich geh jetzt erstmal in das eine Haus hier und schau, ob ich ne bessere Waffe finde. Weil im Gegensatz zu dir hab ich noch keine sehr gute. Ja, ich geh in das andere. Im Gegensatz zum feinen Herr? Werde ich jetzt sterben? Naja, mach du mal. In der Dreierrunde alleine. Ja, wieso gehst du noch zum anderen Haus? Weil ich schon da hingefallt hab. Mann, jetzt bleibt mal heute einmal ne schöne Aufnahme mit dem Team. Mit dem Trio, ne? Und dann... Was wär's? Noch ein Distance Group, falls ich den nicht kroppen. Wenn du noch einen für mich hast, wär das sehr nett. Ja, der liegt bei mir. Also jetzt... Da im anderen Haus, nicht da wo ich gerade bin. Da. Wie ne Wester hast du eigentlich? 900. Schön, dass du auch gar nicht erwähnst, dass hier ne Tor ist. Achso, ja. Hm, unwichtig. Ja, eigentlich schon. Ich hab wieder schon eine. Im Vergleich zu der Waffe, die ich davor hatte, hättest du es ruhig mal erwähnen können. So, wo müssen wir denn hin? Ich würd schon sagen, du lässt mich hier erstmal meine Waffe fertig ausrüsten. Ich, ich klär schon mal so ein bisschen so. Ja, ja, mach du mal. Und dann sich am Ende wieder beschweren, weil er zuerst stirbt, weil er voraus rennt. Ja, ich beschwär mich ja diesmal. Noch. Kleine Sidenote, wir machen das nur zum Spaß. Wir verstehen uns in Wahrheit sehr gut. Nein. Oder halt auch nicht. Ja, ich komm gleich zu dir rüber, okay? Ja, ja. Vor allem zu dir, zu mir rüber. Ja, ja, fang mal an zu rennen. Vielleicht bist du heute Abend da. Läust du grad? Ja, halt, ich hab gesagt, du bist halt hinter mir. Das ist ein bisschen gruselig für mich. Ach du... Agile ist nicht schlecht. WTF? Was? Der Supply Drop ist ja irgendwo direkt in der Nähe von uns. Warum? Schau mal auf die Karte. Ja, bruh. Der ist vor... Da schnauze hier. Ja, der ist gerade vor allem erst gelandet, ne? Wo ist der? Da ist er. Keine Ahnung, der ist irgendwo hier. Hörn dir die Panzerfuß hier drunter, das ist echt deftig. Der hat sich versucht. Hä, wo ist der? Über dir. Ach, da kommt er erst runter. Ich mach auf. Du devst mich. Ja. Gib mir aber auch was, wenn du was Gutes kommt. Ja, ja. Also, ich dev... Also, was ist denn da drin? Korps Grinder, kannst du gerne haben. Medikits sind da. Kriegst du von dir dann noch? Ähm, ansonsten Ammo. Nehm ich einfach mal mit. Ähm, brauchst du Holo, Holo oder M4S? Ähm, ne. Gut, dann lass ich das einfach mal. Äh, Alter, hat mich gerade erschreckt. Dann lass ich das mal da drin. Und halt ne Korps Grinder, brauchst du den? Was ist das? Ähm, Granatwerfer oder sowas. Weil wenn ja, musst du dir den separat... Oder weil ich hab... Kann ich auch selbst holen. Ich hol ihn mir. Anstatt der... Hier. Digga, ich weiß nicht, dass du was gibst. Digga, wie fett der ist, Alter. Der hängt dir richtig... Ich seh's gerade. Sowieso gerade für fette Kappen. Weißt du, weißt du was Korps Grinder heißt? Ähm, Leichen irgendwas verschwinden. Ich... Ne Korps ist allgemein so weit ich weiß, der Körper. Körper... Pulverisierer. Ich dachte... Hast du Munition dafür? Gute Frage. Ja. 986 Schuss. Das ist ne Minigun. Aha. Und mit welcher... Mit... 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 Mit Pistolen. Ne, mit... Ähm... Ganz normaler Rifle. Da waren übrigens auch noch... Also du 900 Rifle Schuss hast? Ja. Ja okay, ich hab 600. Kommt trotzdem zu mir, damit... Weil ich damit ich... Äh... Also ich leg mich hier einfach mal hin. Mit meinem fetten Korps Grinder. Kann ich da eigentlich mit dem Visier drauf packen? D-ga. Lol, ich kann da Visier drauf packen. Fetzi... Äh, willst du meinen Dis... Hast du den schon? Ne, ich hab... Ich hab... Da war noch einer drin. Ne, okay, kann doch nichts drauf packen. Ne, also wenn du irgendjemanden hast, dessen... Körper du... Grinden willst... Werde dich. Hast du eigentlich irgendwie... Äh... Ich will mal... Schieß mal einmal damit, okay? Das ist unmöglich. Damit einmal zu schießen. Ne, nebenbei... Ich hab dir doch... Ich hab dir doch von der... Ich hab dir... Toll ich... Das waren 5 Schuss. Ne, und vor allem ne... Ich hab dir doch von der NG 100. Ne, kennst du ja. Gar nix dagegen. Ne, das Ding hat vor allem... Alleine doppelt so großes Magazin. Und... Ja, ist wirklich lang erstack. Wie viel Schuss kannst du denn da rein packen? 200. Also. Ich guck mal hier rein, ob da noch irgendwas drin ist. By the way. Vielleicht... Vielleicht find ich ja einen Medium Range Scope oder einen Rifle Suppressor. Whoever knows. Ich sag, ich sterb jetzt. Du läufst nicht eine Zeit weiter, oder? Nein. Bisschen nicht viel. Und ich werd mit dir... Wir sterben. Ich würd sagen, wir laufen hier über diesen... Ich glaub, ich geb dir ein bisschen Schuss. Ich hab fast 1000. Ich werd angeschlossen. Ich werd abgeschlossen. Ich werd auch... Geschossen. Wack, 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 wack. Schild aufge... Ne, ich muss Penkeler. Ich lauf hier rum, wir müssen... Fack. Fack, die Hölle. Ah, die kommen von Dao. Wo ist die Richtung? Äh... Osten. Ziemlich genau Osten. Ich hab ihn einmal getroffen. Hier zählt er die Fresse. Mach's nicht raus. Ich find's ja vor allem auch richtig geil, dass wir jetzt hier... Ich sterb, ich sterb. Nee, du heilst dich jetzt, genau. Genau, wir müssen jetzt da langsam links rüber, das stimmt. Und du hast... Machst du sehr gut. Das Wichtigste aktuell, nicht sterben und in die Border kommen. Und ich glaub, das kriegen wir im Notfall hin. Ich hab's, ich hab's. Ich jetzt auch. Ich, ich seh, ich seh, wie der kriegt... Nein, ist ne Leiche. Wurde da von jemand anderem weggemacht? Oder hast du ihn getötet? Nein, ich hab ihn ein Mal oder so getötet. Ja, ich nämlich auch. Und das war gepatchert. Bei mir nicht. Aber er hatte... Ja, gut, du hast ihn wahrscheinlich. Aber du kannst... Wie ich mich da noch gesaved hab, als ich hab, das war... Ja, bei mir war's auch relativ knapp. Ich hatte nur noch halbes Leben. Junge, ich hatte... Ich war auf 20 oder so down. Oh. Die Zone ist ja nicht immer gleich. Loll. Ich bin tot. Echt? Von wo? Keine Ahnung. Sonst hätt ich hier drauf hingesch... Welche Distanz? Hab ich grad nicht gesehen. Auf jeden Fall. Rechts, rechts, rechts. An dem Baum vielleicht. So, Beude. Wer sind wir hier? Tot. Geh nicht zu meiner Leiche. Geh nicht zu meiner Leiche. Von der anderen Richtung. Der kam von der anderen Richtung. Okay, match complete. Ja, der war links auf dem Werk, aber den konnte man gar nicht sehen. Auf jeden Fall war's das jetzt für diese Folge hier. Ich denk mal, ich werde gut was zusammen cutten können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.